Kalanta Wollny plaudert Geheimnis über Loredana und Servet aus. Die Wollnys Aussteigerin Kalanta Wollny hat erstmals in einem Livestream Fragen beantwortet und dabei geheime Details ausgeplaudert. Lange war es still um Kalanta Wollny. Mittlerweile ist klar, woran das lag, die 24-Jährige und ihr Lebensgefährte Meissen lebten zuletzt, nach eigenen Angaben, auf der Straße. Ich bin mit meinem Freund zu Caritas gegangen und habe um Hilfe gebeten, weil wir obdachlos waren, so Kalanta jetzt noch einmal in einem Instagram-Livestream am Nachmittag des 19. September 2024. Mit Hilfe von Spenden, die sie über einen Aufruf auf der Social-Media-Plattform gesammelt hat, ist das Paar nun in einem Hostel in Neuss untergekommen. Die Unterkunft soll laut Kalantas Angaben zwischen 50 und 75 Euro die Nacht kosten. Sozialhilfeanträge beim Amt seien gestellt. Punkt, dass sich die einstige Reality-TV-Darstellerin nun zu einem Livestream entschieden hat, liegt vor allem an der Hilfe aus ihrer Online-Community. Als Dankeschön für die Spenden ihrer Fans hatte Kalanta nämlich versprochen, ihr Gesicht zu zeigen und sich offen und ehrlich den Fragen ihrer Anhänger, innen zu stellen. Das hat sie nun wahrgemacht. Dabei sprach sie nicht nur über das weiterhin angespannte Verhältnis zu ihrer Familie, sondern plauderte auch ein paar Details über Mutter Silvia, Tochter Kalanta oder die Geschwister aus. Punkt Kalanta woll nie im Livestream, ich bereue, dass ich meiner Mutter das Sorgerecht gegeben habe. Einige Fragen musste sie dabei aber auch unbeantwortet lassen, denn über manches wollte sie nicht sprechen, über anderes hatte sie einfach keine Insider-Informationen. Zu letzterer Kategorie zählte zum Beispiel, wie es ihren Schwestern gelungen sei, so schnell so viel Gewicht zu verlieren. Ich weiß nicht, wie alle so viel abgenommen haben, aber in der OP hätten sicher alle mitbekommen, mutmaßte sie am Donnerstag. Was sie sehr wohl beantwortete, waren einige Fragen zu ihrer Tochter Katalea Wollny. Die Adaption ihres Kindes durch die Mutter bewertet sie heute als Fehler. Ich bereue schon, dass ich meiner Mutter das Sorgerecht gegeben habe, für Sorgepflicht hätte gereicht. Diese Maßnahme hätte nämlich gereicht, um Silvia Wollny zu ermöglichen, mit Püppi zum Arzt zu gehen oder mit ihr in die Türkei zu reisen. Damit scheint die eigentliche Mutter des Kindes mittlerweile aber ihren Frieden gemacht zu haben. Ich werde meine Tochter nicht aus den Lebensumständen herausholen, in denen sie gerade ist, weil das nicht gut ist fürs Kind. Punkt besonders spannend wurde Kalanta Wollnys Livestream allerdings, als sie nach ihrer Meinung zu Servet und Ali, den Lebensgefährten ihrer Schwestern Loredana und Estefania, gefragt wurde. Zu Servet und Ali habe ich nichts zu sagen, die habe ich vielleicht einmal gesehen, als ich 16 oder so war. Na nun, das wäre ja vor Sage und Schreibe acht Jahren gewesen. Laut offiziellen Angaben ist die 20-jährige Loredana Wollny allerdings erst seit 2021 mit ihrem 25-jährigen Freund Servet zusammen. Kennt Loredana Servet etwa schon, seit sie zwölf ist? Laut Kalanta Wollny ja. Ich kannte Servet schon, weil meine Schwestern den ja vorher kennengelernt haben in der Bar, gab diese nun im Livestream an. Seit einigen Wochen meldet sich Loredana Wollny kaum noch bei ihrer Ferngemeinde. Jetzt nannte sie den besorgniserregenden Grund dafür. Seit ihrer Kindheit steht Loredana Wollny vor der Kamera. Seit 2011 flimmert sie mit die Wollny's, eine schrecklich große Familie bei RTL 2 über die Bildschirme. Mittlerweile ist die 20-Jährige auch auf Social Media erfolgreich. Alleine auf Instagram folgen ihr über 430. 000 Menschen. Ihre Follower mussten in den vergangenen Wochen aber auf Updates aus dem Leben der TV-Bekanntheit verzichten, denn ihr ging es nicht gut. In ihrer Instagram-Story erklärte Loredana Wollny ihren Fans jetzt, warum es in letzter Zeit so ruhig auf ihrem Kanal war. Von uns kam in letzter Zeit absolut gar nichts, weil ich einige gesundheitliche Probleme hatte, so Wollny. Genaueres gab sie jedoch nicht preis, zeigte sich allerdings zuversichtlich, das bald machen zu können. Was für gesundheitliche Probleme, kann ich euch hoffentlich ganz bald verraten und mit euch ganz offen darüber sprechen. Die Story ist mittlerweile nicht mehr verfügbar. decade Alt horror. Jahrhunderte kilka Ne K Exactly